Der Narr liest Die Schrecken der deutschen Sprache Von Mark Twain Ich war oft im Heidelberger Schloss, um die da selbst befindliche Kuriositätensammlung zu besichtigen, und eines Tages überraschte ich den Besitzer derselben mit meinem Deutsch, das ziemlich seltsam lauten mochte. Er war sehr aufmerksam, und nachdem ich eine Zeit lang gesprochen hatte, äußerte er, mein Deutsch sei ganz seltener Art, vielleicht ein Unikum, er mochte es gerne seinem Museum einverleiben. Hätte er gewusst, was die Erwerbung meiner Fertigkeit mich gekostet hatte, so würde er auch gewusst haben, dass deren Anschaffung einen jeden Sammler zugrunde richten müßte. Mein Freund Harris und ich hatten damals mehrere Wochen lang tüchtig an unserem Deutsch gearbeitet, und obwohl wir gute Fortschritte machten, hatten wir doch unser Ziel nur unter großen Schwierigkeiten und Plackereien erreicht, denn drei von unseren Lehrern waren darüber gestorben. Wer nicht selbst Deutsch gelernt hat, kann sich keine Vorstellung davon machen, was das für eine verzwickte Sprache ist. Es gibt gewiß keine andere Sprache auf der Welt, die so systemlos ist, so schlüpfrig und aalglatt, um sie zu fassen. Man treibt darin umher, wie in einem brandenden Meer, bald hierhin, bald dorthin, in der elendsten Hilflosigkeit. Und wenn man einmal glaubt, eine Regel gefunden zu haben, welche festen Grund bietet, um einen Augenblick in dem allgemeinen Wirrwarr und Tumult der zehn Redeteile auszuruhen, so vernimmt man in der Grammatik, der Schüler gebe Acht auf folgende Ausnahmen. Ein Blick auf diese zeigt ihm, dass deren mehr sind als Beispiele für die Regel selbst. So wird er hoffnungslos wieder über Bord geschleudert und nach einem neuen Berg Ararat zu jagen und stattdessen eine neue Sandbank zu finden. Dies sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und noch fortwährend mache. So oft ich glaube, ich habe einen von den vier vertrackten Kasus richtig gepackt, schleicht sich eine anscheinend bedeutungslose Präposition in meinen Satz hinein, die mit einer furchtbaren, ungeahnten Macht ausgerüstet ist, und zerbröckelt mir den Boden unter den Füßen. Zum Beispiel fragt mein Lesebuch nach einem Vogel. Es fragt immer nach Dingen, die für keinen Menschen irgendwelchen Wert haben. »Where is the bird?« Die Antwort auf diese Frage lautet nach dem Buch »The bird is waiting in the blacksmith shop on account of the rain.« Selbstverständlich würde das keinem Vogel einfallen. Allein das musst du mit dem Buch ausmachen. Also ich mache mich daran, die deutsche Übersetzung dieser Antwort herauszuklauben. Ich muss dabei notwendig am verkehrten Ende anfangen. So will es der deutsche Gedankengang. Ich sage mir, Regen ist männlichen Geschlechts, oder vielleicht auch weiblich oder möglicherweise sächlich. Danach zu schauen, ist mir jetzt zu umständlich. Je nach dem Geschlecht nun, das sich schließlich herausstellt, heißt »The rain« entweder »der Regen« oder »die Regen« oder »das Regen«. Im Interesse der Wissenschaft will ich die Annahme zugrunde legen, das Wort sei männlichen Geschlechts. Gut, dann heißt »The rain« »der Regen«, falls derselbe einfach in ruhendem Zustand erwähnt wird, ohne nähere Erörterung, also Nominativ. Ist jedoch dieser Regen überall rings auf dem Boden angelangt, dann ist er an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden. Er tut etwas, nämlich ruhen. In der deutschen Grammatik wird dies unter die Tätigkeiten gerechnet. Und dies versetzt den Regen in den Dativ, so dass er zu »dem« Regen wird. Allein dieser Regen hat noch keine Ruhe, sondern entwickelt eine aktive Tätigkeit. Er fällt nieder, vermutlich dem Vogel zum Ärger. Dies zeigt Bewegung an und hat die Folge, dass das Wort in den Akkusativ geschoben und dadurch aus »dem« Regen »den« Regen wird. Nachdem ich mit der Befragung des Schicksals über diesen Punkt zu Ende bin, antworte ich keck drauflos und sage auf Deutsch »Der Vogel wartet in der Hufschmiede wegen den Regen«. Der Lehrer dämpft darauf sanft meine Freude mit der Bemerkung, dass, wo das Wörtchen »wegen« in einem Satz vorkommt, es das abhängige Wort in den Genitiv versetze, »möge daraus entstehen, was da wolle«, und dass deshalb dieser Vogel in der Schmiede gewartet habe, »wegen des Regens«. Später erfuhr ich von einer höheren Autorität, dass es eine Ausnahme gebe, die einem unter gewissen besonderen verwickelten Umständen gestattet zu sagen, wegen den Regen, es komme jedoch diese Ausnahme ganz allein bei diesem Wort vor. Von der Schwierigkeit dieser Sprache kann die nächste beste Zeitung überzeugen, »Ein Normalsatz in einer deutschen Zeitung ist eine überraschende Merkwürdigkeit«, er nimmt eine Viertelseite ein und enthält sämtliche Redeteile dieser Sprache nicht in einer geregelten Ordnung, sondern durcheinander. Er besteht hauptsächlich aus zusammengesetzten Wörtern, von dem Verfasser eigens für seinen Zweck gebaut und nirgends im Wörterbuch zu finden, oft sechs bis sieben Worte an einem Stücke, ohne Nähte und Einschnitte. Der Satz handelt von 14 bis 15 verschiedenen Gegenständen, von denen jeder einen Zwischensatz bildet. Bisweilen schließt ein Haupt-Zwischensatz mehrere kleinere ein. Damit sie nicht auseinanderfallen, werden sie zum Teil mit Klammern zusammengehalten. Nach alledem kommt endlich das Zeitwort, woraus man erst klug wird, was der Verfasser eigentlich sagen wollte. Nach dem Zeitwort schließt der Verfasser, wie mir scheint, lediglich aus dekorativer Spielerei, mit den Wörtern »haben« zu sein, »gewesen sein dürften« oder ähnlich. Vermutlich ist dieser Schlussknall-Effekt so etwas wie der »Schnörkel«, den man unter seine Unterschrift zu machen pflegt, was nicht gerade nötig ist, aber hübsch aussieht. Ich rate zum besseren Verständnis, deutsche Bücher so zu lesen, dass man sie vor den Spiegel hält oder auf den Kopf stellt, damit die Konstruktion umgekehrt erscheint, aber deutsche Zeitungen zu lesen, wird dem Fremden stets eine unerreichbare Kunst bleiben. Ich will mich zum Beweis des Gesagten auf ein Beispiel aus einem deutschen Buche, einer anerkannt guten Novelle, beschränken. Wenn er aber auf der Straße der in Samt und Seide gehüllten, jetzt sehr ungeniert nach der neuesten Mode gekleideten Regierungsrätin begegnete, so steht es in Marlitz »Geheimnis einer alten Mamsell«. Man wird bemerkt haben, wie weit das Zeitwort von der Operationsbasis des Lesers entfernt ist. In den Zeitungen ist das noch weit schlimmer. Da steht das Zeitwort immer erst auf der nächsten Spalte und mir wurde gesagt, es käme oft vor, dass der Verfasser eines Artikels, der sich ein bis zwei Spalten lang mit Einreihungen und Zwischensätzen aufgehalten hat, sich am Ende so beeilen muss, dass der Satz ohne Zeitworte in die Druckerpresse geht. Dann sind natürlich die Leser übel dran. In unserer Literatur spukt diese Einschachtelungsmanie ebenfalls und es lassen sich jeden Tag Beispiele dafür in unseren Büchern und Zeitungen finden. Allein bei uns ist dieselbe ein Kennzeichen davor, dass es dem Schriftsteller an Gewandtheit oder an klarem Verstande fehlt, während sie bei den Deutschen schriftstellerische Übung und das Vorhandensein einer Art von lichtvollem Verstandsnebel verrät, der bei diesen Leuten für Klarheit gilt. Denn Klarheit ist dies ganz gewiss nicht. Das kann schlechterdings nicht sein. Es muss vielmehr recht wirr, recht vertrackt und verkehrt in eines Schriftstellers Kopfe aussehen, wenn er einen Anlauf nimmt, um zu sagen, dass jemand einer Regierungsrätin auf der Straße begegnet und dann gerade mitten in diesem so einfachen Unternehmen die beiden Begegnenden anhält und stehen lässt, bis er den Anzug der Dame bis ins Kleinste ausgemalt hat, dies ist handgreiflicher Unsinn. Man denkt dabei unwillkürlich an jene Zahnärzte, die, nachdem sie den Zahn mit der Zange gefasst und einen dadurch in den höchsten Grad atemloser Spannung versetzt haben, sich hinstellen und einem in aller Behaglichkeit eine langweilige Geschichte vorkauen, ehe sie den gefürchteten Ruck tun. In der Literatur und beim Zahnausziehen sind Einschaltungen gleich übel angebracht. Die Deutschen haben in ihrer Sprache eine Art von Parenthese, welche sie durch das Auseinanderreißen eines Zeitworts in zwei Teile erzielen, wovon der eine am Anfang eines spannenden Kapitels steht, der andere am Schluss desselben. Kann man sich etwas Verwirrenderes denken? Die deutsche Sprache wimmelt von solchen trennbaren Zeitwörtern und je weiter die beiden Teile in einem Schriftstück auseinanderkommen, desto mehr freut sich der Urheber eines solchen Verbrechens seiner Tat. Ein Lieblingsspiel dieser Art wird mit dem Wort Reiste abgetrieben, hier ein Beispiel aus einer Novelle. Er reiste, als die Koffer fertig waren, und nachdem er Mutter und Schwester geküsst und nochmals sein angebetetes, einfach in weißen Muslin gekleidetes, mit einer frischen Rose, in den sanften Wellen ihres reichen, braunen Haares, geschmücktes Gretchen, das mit bebenden Gliedern die Treppe herabgewankt war, um noch einmal sein armes, gequältes Haupt an die Brust desjenigen zu legen, den es mehr liebte, als das Leben selber ans Herz gedrückt hatte, ab. Es ist jedoch nicht gut, sich zu viel mit den trennbaren Zeitwörtern abzugeben. Sie bringen einen unfehlbar bald um die Gemütsruhe, und wenn man sich nicht warnen lässt und sich darein vertieft, so bekommt man entweder Gehirnerweichung oder Gehirnversteinerung davon. Die persönlichen Fürwörter und Adjektiver dieser Sprache sind eine fruchtbare Quelle von Ärger aller Art. Das Wort sie bedeutet you and the zugleich. Es heißt her und heißt it. Es meint they und es meint them. Man stelle sich die klägliche Armut einer Sprache vor, die ein einziges Wort nötigt, den Dienst von sechs zu verstehen, noch dazu solch ein armes, kleines Würmchen mit nur drei Buchstaben am Leib. Aber erst die Verzweiflung, wenn man niemals weiß, in welchem Sinne der Sprechende das Wort gemeint hat, Grund genug für mich, um einer Person, welche sie zu mir sagt, wenn ich irgend kann, den gar auszumachen. So dann fasse man einmal die Adjektivformen ins Auge. Wenn irgendwo wäre hier Einfachheit am Platze gewesen, Grund genug für die Erfinder dieser Sprache, die Sache erst recht zu erschweren. Wenn wir in unserer deutlichen englischen Sprache von our good friend or friends sprechen, so gebrauchen wir eine und dieselbe Adjektivform, und das genügt voll auf, nicht so in der deutschen Sprache. Kommt ein Adjektiv unter die Zunge eines Deutschen, so dekliniert er es und dekliniert es fort und fort, bis er endlich allen gesunden Sinn herausdekliniert hat. Er dekliniert zum Beispiel »mein guter Freund«, »meines guten Freundes«, »meinem guten Freunde« und so weiter. Diese beständigen Änderungen möge ein Irrenhausaspirant auswendig lernen. Man tut wahrhaftig in Deutschland besser daran, sich ohne Freunde zu behelfen, als diese Plackerei mit ihnen in Kauf zu nehmen. Ich habe nun gezeigt, welchem Mühsal es ist, einen guten Freund zu deklinieren. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack von der Schwierigkeit, denn es gibt noch eine Menge neuer Adjektivverrenkungen, wenn es sich um einen weiblichen, beziehungsweise um einen sächlichen Gegenstand handelt. So dann gibt es in dieser Sprache mehr Adjektive als »schwarze Katzen«, und diese müssen alle nach obigem Beispiel sorgfältigst abgewandelt werden. Schwierig? Mühselig? Diese Ausdrücke sind viel zu schwach. Ein Heidelberger Student aus Kalifornien hat mir allen Ernstes versichert, er mache sich weniger daraus, zwei Kneipereien auszuschlagen, als ein deutsches Adjektiv, um zu deklinieren. Der Erfinder dieser Sprache scheint ein besonderes Vergnügen daran gefunden zu haben, dieselbe so verwickelt zu machen, als nur irgend möglich. So heißen zum Beispiel Haus, Horse, Dog, für gewöhnlich Haus, Pferd, Hund. Im Dativ aber hängt man ein ganz törichtes, überflüssiges E daran und schreibt Hause, Pferde, Hunde. Da nun ein E am Schluss häufig die Mehrzahl bezeichnet, so kann der Anfänger einen ganzen Monat lang aus einem Hund im Dativ ein Pärchen machen, ehe er seinen Irrtum gewahr wird. Und wiederum hat mancher junge Musensohn, der kein Geld hinauszuwerfen hatte, zwei Hunde bezahlt und nur einen bekommen, weil er unwissentlich diesen Hund im Dativ Singularis kaufte, während er glaubte, im Plural zu sprechen. Das Recht hatte natürlich unter solchen Umständen, angesichts der strengen grammatischen Regeln, der Verkäufer auf seiner Seite und eine Ersatzklage musste erfolglos bleiben. Im Deutschen werden alle Hauptwörter mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Das ist ein guter Einfall, weil man so auf den ersten Blick ein Hauptwort erkennt. Aber bisweilen gibt es zu Täuschungen Anlass, indem man einen Personennamen für einen Sachnamen ansieht. Und umgekehrt. Dann geht bei dem Versuch, Sinn in den Satz zu bringen, viel Zeit verloren. Und man wird umso leichter in die Irre geführt, da die deutschen Personennamen meistens eine Bedeutung haben. Ich übersetzte einmal einen Text, welcher lautete »Die wütende Tigerin brach los und fraß den unglücklichen Tannenwald völlig auf.« Nach langem Besinnen kam ich endlich dahinter, dass Tannenwald in diesem Falle der Name eines Mannes war. Jedes Hauptwort hat einen Artikel, aber da ist kein System und Sinn in der Anwendung desselben, so daß nichts übrig bleibt, als jeden Artikel zu jedem Wort besonders auswendig zu lernen. So hat zum Beispiel in der deutschen Sprache ein junges Mädchen kein Geschlecht, während eine Steckgrübe ein solches hat. Welche maßlose Hochachtung zeigt das einer Rübe gegenüber? Welche Geringschätzung vor einem Mädchen? Man sehe sich einmal an, wie sich dies gedruckt ausnimmt. Ich übersetze aus meinem Lesebuch. Gretchen Wilhelm, wo ist die gelbe Rübe? Wilhelm, sie ist in der Küche. Gretchen, wo ist das hübsche und wohlerzogene Mädchen? Wilhelm, es ist in die Oper gegangen. Aber weiter mit diesen Artikeln. Ein Baum ist männlich, seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sind sächlich, Pferde sind gestechtslos, Hunde sind männlich, Katzen sind weiblich, des Menschen Mund, Nacken, Busen, Ellbogen, Finger, Nägel, Füße, Leib sind männlichen Geschlechts. Kopf oder Haupt ist männlich oder sächlich. Je nachdem, man eines dieser Wörter gebraucht, wird nicht also je nachdem ein Mann oder eine Frau das Ding trägt. Eines Menschen Nase, Lippe, Schulter, Brust, Hüfte und Zehe sind weiblich. Seine Ohren, Augen, Kinn, Beine, Knie, Herz und Gewissen haben gar kein Geschlecht. Der Erfinder dieser Sprache kannte vermutlich das Gewissen nur vom Hörensagen. Aus dieser Zergliederung geht deutlich hervor, dass ein deutscher Mann sich zwar einbilden mag, er sei ein Mann, Wenn er aber näher zusieht, muss er wohl daran zweifeln. Er muss entdecken, dass er eine ganz lächerliche Zusammensetzung aller möglichen Geschlechter bildet. Es gibt in dieser Sprache einige ungemein nützliche Wörter, zum Beispiel Schlag und Zug. Im Wörterbuch nehmen diese Schlagwörter mehrere Spalten und die Zugwörter noch einmal so viel ein. Das Wort Schlag bedeutet so ziemlich alles. Es bedeutet unser Blow, Stroke, Dash, Hit, Shock, Clip, Clap, Time, Bar, Coin, Stamp, Kind, Sword, Manner, Way, Apoplexy, Woodcutting, Enclosure, Field, Forest Clearing. Das alles bedeutet Schlag im engeren, beschränkten Sinne. Wenn aber das Wort einmal losgelassen wird, dann nimmt es Flügel der Morgenröte und fliegt, wohin es mag. An seinen Schwanz kann sich jedes beliebige Wort anhängen, wodurch der Sinn ins Unglaubliche vervielfältigt wird. Man kann anfangen mit Schlagader, auf Englisch Artery, und sofort das ganze Wörterbuch dranhängen, Wort für Wort, ganz durchbiss Schlagwasser, auf Englisch Bilgewater, und Schlagmutter, Mother-in-Law. Ebenso ist es mit dem Wort Zug. Nimmt man zu den Wörtern Schlag und Zug noch das Wörtchen also hinzu, so verfügt man über einen hübschen Sprachschatz, mit dem man schon ziemlich gut durchkommt. Also ist gleichbedeutend mit der englischen Redensart, you know, und besagt eigentlich gar nichts, wenigstens in der Unterhaltungssprache. So oft ein Deutscher seinen Mund auftut, fällt ein Also heraus, und so oft er ihn wieder zumacht, beißt er sicher ein Also, das gerade zwischen seinen Zähnen herauskommen wollte, in zwei. Diese häufige, zwecklose Anwendung des Wortes Also ist eine spezifisch süddeutsche, besonders weibliche, schwäbische Untugend, nichts verleiht einer deutschen oder englischen Unterhaltung so viel Anmut und Zwanglosigkeit, als wenn man sie voll mit Alsos und You Know's spickt. In meinem Tagebuch finde ich folgenden Eintrag. 1. Juli Gestern wurde ein Kranker mit Erfolg von einem Wort mit 13 Silben Länge befreit. Der Kranke war ein Norddeutscher von Hamburg. Da aber die Chirurgen den Kranken unglücklicherweise an der falschen Stelle aufschnitten, in der Meinung, er habe ein Panorama verschluckt, so starb er. Das Ergebnis hat die Stadt in Trauer versetzt. An dieser Notiz möchte ich einige Bemerkungen über eine der sonderbarsten Erscheinungen unseres Gegenstandes knüpfen, nämlich über die Länge deutscher Wörter. Einige davon sind so lang, dass sie einen Schatten werfen und perspektivisch wirken, zum Beispiel Freundschaftsbezeugungen, dilettanten Aufdringlichkeiten, stadtverordneten Versammlungen. Das sind keine Wörter mehr, das sind alphabetische Prozessionen. Man sieht sie in jeder Nummer einer Zeitung majestätisch einherschreiten und mit einiger Einbildungskraft kann man die zur Prozession gehörigen Banner fliegen sehen und die Musik hören. Sie verleihen dem schmächtigsten Begriff etwas ungemein Großartiges. So oft ich ein gelungenes Exemplar von einem solchen Worte finde, verleibe ich es meinem Museum ein. Ich habe bereits eine Sammlung beieinander. Meine Duplikate tausche ich mit anderen Sammlern aus, anbei einige Prachtexemplare, welche ich neulich auf der Auktion erstand. Wenn solch eine Alpenkette sich stolz hinzieht über eine Druckseite, so muss dadurch die literarische Landschaft bedeutend verschönert werden. Aber für den Anfänger in der Sprache sind diese Gebirge ein großes Hindernis. Sie versperren ihm den Weg. Er kann weder unten durch noch darüber hinweg, höchstens per Tunnel, wo einer ist. Nimmt er seine Zuflucht zum Wörterbuch, so lässt ihn das im Stich. Mit solchen zusammengesetzten Wörtern befasst es sich nicht. Man muss zuvor das Wort durch den Chemiker in seine Bestandteile auflösen lassen und dann die einzelnen Brocken im Wörterbuch aufsuchen. Also jetzt habe ich gezeigt, wie schwierig die deutsche Sprache ist. Oder zum wenigsten habe ich mich bemüht, es zu zeigen. Ein Student aus Amerika soll auf die Frage, wie er mit seinem Deutsch zurechtkomme, ohne Zögern erwidert haben. Ich komme gar nicht damit zurecht. Drei volle Monate habe ich es mir sauer werden lassen und kann nur den einen Satz aufweisen. Zwei Glas. Two glasses of beer. Nach einem Augenblick stummen Nachsinnens setzte er mit Emphase hinzu. Aber das habe ich auch fest im Kopf. Die englische Sprache, will mir scheinen, verfügt in der Beschreibung lärmender, erhaben schrecklicher Dinge über kräftigere, klangvollere, bezeichnendere Worte als die deutsche Klänge wie Boom, Burst, Crash, Roar, Bellow, Blow, Thunder, Explosion, Howl, Cry, Shout, Yell, Battle, Hell, sind von prächtiger Wirkung, voll Kraft und großartig. Die entsprechenden deutschen Worte kommen mir viel schwächer vor. Einzelne klingen so sanft, dass man Kinder damit in den Schlaf bringen könnte, wie Zahm klingt zum Beispiel Schlacht, Gewitter. Als stärksten Ausdruck für unser Explosion hat man im Deutschen Ausbruch. Da liegt in unserem Toothbrush, Zahnbürste, etwas fürchterlicheres im Vergleich. Nach dieser Erörterung der Gebrechen der deutschen Sprache gehe ich jetzt an die kurze, angenehme Aufgabe, deren Vorzüge hervorzuheben. Das Großschreiben der Hauptwörter habe ich bereits erwähnt, aber noch weit über diesem steht ein anderer, nämlich der, die Wörter zu schreiben, wie man sie ausspricht. Nach kurzer Unterweisung weiß der Anfänger von jedem deutschen Wort, wie es ausgesprochen wird, während in unserer Sprache der Schüler damit die größten Schwierigkeiten hat. Ferner ist die deutsche Sprache ungemein reich an Ausdrücken für das friedliche, heimelige, treuliche, häusliche Dasein, für alles, was mit Liebe, kindlichem Gefühl und Freundlichkeit gegen Fremde zusammenhängt, endlich für das mannigfaltige Leben und Weben in der Natur. Es gibt deutsche Lieder, welche selbst den der Sprache Fremden zur Tränen rühren, das beweist, wie treffend der Klang der Worte ist. Er bringt deren Bedeutung so treu und wahr zum Ausdruck, dass sie auch unverstanden dem Fremden durchs Ohr zu Herzen dringen. Deutsche Frauen rufen häufig aus, »Ach Gott, mein Gott, Gott im Himmel, Herr Gott!« Sie scheinen zu glauben, die Amerikanerinnen haben dieselbe Gewohnheit, denn ich hörte einmal ein endliches deutsches Fräulein zu einer jungen Landsmännin von mir sagen, »Die beiden Sprachen sind sich so ähnlich. Wie hübsch das ist. Wir sagen »Ach Gott« und ihr sagt »Goddamn!« Aus Obigem geht hervor, dass die deutsche Sprache einer Reform bedarf. Ich erlaube mir, einige Vorschläge zu diesem Zwecke zu machen. Man gebe dem Zeitwort einen Platz weiter oben, so dass man es mit dem bloßen Auge deutlich erkennen kann. Zweitens, man organisiere den Artikel und verteile ihn nach den Geschlechtsverhältnissen, wie es Gottes Wille ist. Drittens, man schaffe die endlos langen zusammengesetzten Wörter ab oder man schreibe vor, dass sie stückweise geschrieben werden mit Erholungspausen dazwischen. Geistige Speise ist wie andere auch. Man genießt sie angenehmer mit dem Löffel als mit der Schaufel. Viertens, es soll darauf gehalten werden, dass der Schreiber aufhört, wenn er mit seinem Satz und Vortrag zu Ende ist und dass er nicht noch ein unnötiges »Gewesen zu sein« haben würden und dergleichen anhängt. Fünftens, auf die Anwendung von Parenthesen ist die Todesstrafe zu setzen. Sechstens, für die Beschreibung aller Arten von geräuschvollen Dingen müssen einige kraftvolle englische Wörter eingeführt werden. Am besten wäre es vielleicht von der ganzen Sprache nur die Wörter »Schlag«, »Zug« und »Also«, nebst den an die ersten beiden anzuhängenden Wörtern beizubehalten, das würde die Sprache wesentlich vereinfachen. Nach meiner Erfahrung braucht man zum Erlernen des Englischen 30 Stunden, des Französischen 30 Tage, des Deutschen 30 Jahre. Entweder reformiere man also diese Sprache oder man lege sie zu den Totensprachen, denn nur die Toten haben heutzutage noch Zeit genug, sie zu erlernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.